Das Nirwana Nirwana, Nirwana, so sagt man. Was ist nun das Nirwana? Der Begierende, des Hassesende, der Verblendungende. Das, mein Freund, nennt man das Nirwana. Ein Glück, o Brüder, ist das Nirwana. Ein Glück, o Brüder, ist das Nirwana. Auf diese Worte sprach der ehrwürdige Udai also. Wie kann denn, o Bruder, dort ein Glück bestehen, wo es keine Gefühle mehr gibt? Darin besteht ja gerade das Glück, dass es dort keine Gefühle mehr gibt. Was ist das Nirwana? Der Begierende, des Hassesende, des Hassesende, des Hassesende, des Hassesende. Das, mein Freund, nennt man das Nirwana.